Hier kommt Borstel, ziemlich borstig hier, Gemeinde Zülfeld, 31. Januar 2015. Oh, wenn du denkst, lass mal wieder nach Oldesloe zurückfahren und eine kleine Reise mal ausprobieren. Borstel, ne? Ja, ja. Lass mal rechts rumfahren. Hier können wir noch mal ein bisschen gucken. Again. Es ist auch bloß, wir kommen wieder durch Grabau durch. Boah, das macht ja auch nix. Das ist eine Rundreise. So, erstmal tschüss.